Der Abstieg. Ich sage es ist echt krass hier irgendwie. Das ist nicht ohne. Ich mag hier so auf dem Abstiegen von Orgeln. Ich finde das ist immer so furchtbar individuell und so absolut besonders. Und er hört eigentlich mit zum Gesicht der Orgel, die Stiebe oder der Eingang oder die verwunschene Treppe, der Zugang. Ja, gehört mit zum Gesicht der Orgel für mich. Dass man nicht fällt und wo man dann landet. Jetzt wird alles noch restauriert. Das ist grün. Ist das nicht wunderschön? Hier diese leuchtenden Farben, diese dunklen noch leuchten. Wunderschön.